Hallo, guten Morgen. Ich habe zufällig auch genau drei Gedichte vorzutragen. Beim ersten, das kennt wahrscheinlich jeder, irgendwie sitzt man abends da und erinnert sich, ja, vor zwei Jahren wollte ich auch mal, egal. Jedenfalls, passend geht auch mein Gedicht, also es heißt Die Entscheidung. Darum geht's. Ein Baukran spielt Musik, wenn ich denke, dass er es nicht tut, bin ich verrückt, nicht mehr bei Sinn. Ein Feld speit Feuer, ein Priester Magie, ne Maschine Gefühle, ein Blinder sieben Uhr. Taube hören nicht, stumme schreien, Sätze und Worte, die man nicht sieht, doch hört so genau wie Trompeten. Ich bin ein Mensch, mein Geist frei, die Ketten leiten mir den Weg. Hab nur die eine Entscheidung, manchmal nicht mal die. Das zweite ist dann, ähm, wieder mal ein kleines Motivationsgedicht. Und, ja, für mich heißt's auch dementsprechend, also, ja, also, wenn ich nächstes Mal so ein Plakat haben könnte, die sind ein bisschen größer, dann könnte ich auch ein bisschen erschreiten. Ähm, seh das Unsichtbare, hör, was ich nicht sag, änders, wenn ich mich nicht beschwere, antwort auf, was ich nicht gefragt. Denn wenn alle Bettler reich, wenn irreal, wenn Katzen krähen und Bier wird schal, dann geb ich auf. Ja, und das letzte, dann das kürzeste, da geht's, also das, Moment. Es ist länger als das letzte Mal. Und die Welt hielt ihren Atem an, meinem. Der Augenblick, die Menge, die Musik und du. Danke. Applaus 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 Applaus